Die neue Woche bringt vor allem eines, puren Sonnenschein. Schon am Montag haben wir die Möglichkeit, unsere Vitamin-D-Depots für rund sechs Stunden aufzufüllen. Also nichts wie raus! Die neue Woche startet mit richtig viel Sonnenschein. Satte sechs Stunden zeigt sie sich und vertreibt alle noch vorhandenen Wolken. Die Temperaturen liegen zwar morgens noch bei eisigen minus vier Grad, im Laufe des Tages steigen sie aber auf bis zu drei Grad plus. In der Nacht ziehen wieder Wolken über den Himmel bei Werten von minus fünf bis minus zwei Grad. Der sonnige Trend setzt sich auch in den kommenden Tagen fort. Am Dienstag und am Mittwoch ist mit purem Sonnenschein zu rechnen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist gering. Die Temperaturen liegen maximal zwischen minus sechs und plus acht Grad. Am Donnerstag gibt es zwar erneut Sonnenschein, allerdings kommen auch ein paar Wolken dazu. An den Temperaturen ändert das aber kaum etwas.